Hier haben wir den Asch, Trabzelt, super leckere Fisch mit Spezialitäten. Hier gibt es genauso Suppe, Fleisch, Fisch, alles was das jetzt gibt. Hier kann man sich auch mit den Tafenbrötchen bringen, verschiedene Sachen. Hier können wir auch mit Spezialitäten bestellen, die Sie über die Flips haben. Hier können wir dann schön sitzen, dass es hinten raus ist und wir haben dann abends einen schönen Pfad.